Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Vladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flatter Kerl. Er macht verlorene Zeit, Wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft, das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Gravest hat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Pfarrer. Das sind wir alle, Käpt'n. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen, aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnt uns. Da hängt viel mehr dran als Osextan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Alle Stationen. Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Brunhoff Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Reichlich Russen. Konnier deiner Armee nach Osextan verlegt. Keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Bunkern. Wir sehen einen Zugangspunkt. Markiere ihn. Du wirst eine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Trug ein rotes Barrett. Roger. Rotes Barrett. Ich hab einen bei den Stallbauten nördlich vom Eingang entdeckt. Rotes Barrett. Das ist mein Ziel. Du kannst jederzeit den Drohnenfied überprüfen. Die Drohne bleibt vor Ort. Du musst los, Captain. gut verfolgen und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. 6, die Drohne ist noch aktiv. Nutze sie, wenn du sie brauchst. Hier von der Bergseite herunter. Im Feld kommst du vielleicht unentdickt voran. Genau. Leise und tödlich. Einer weniger. Einer mehr. Sechs an alle Stationen. Conny platziert ULF-Spuren in der Basis. Makarov startet einen False-Flag-Angriff. Die Raketen sind amerikanisch. Ich schiebe es auf Fahrer und den Westen. Das will die Welt glauben machen. Ich sei der Feind. Wir müssen rausfinden, was das Ziel ist, bevor es zu spät ist. Ich bin hier. Ist etwas? Sektor чист. Entstanden. Noch eine Fahrer. Bin durch den Perimeter. Roger, such den Offizier. Hol die Schlüsselkarte. Achtung. So was groß ist drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns sobald wir können. Der hat mich gar nicht bemerkt. Sichtkontakt zum Offizier. hier characterization ist. Ich schnauze mich. Noch eine gefallen. Überwachung erledigt. Das war's für mich. Kilo, Conny Offizier am Boden. Du brauchst diese Karte für den Zugang. Kilo, Conny Offizier am Boden. 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 Kapitän! Hörst du das? Sie öffnen die Schutztür. Sie versuchen, die Rakete zu starten. Wir müssen durch diese Räume. Was ist denn? Ja! Das ist das nicht wahr! Komm her! Kommen Sie jetzt! Jetzt, nehm ich nicht? videos? Na ja, nehm ich! Wenn wir uns so eine Rakete schaffen, Ich bin an der Tür. Ist verschlossen. Ich mach sie auf. Warte. Alle Stationen. Zwei Raketen entdeckt. Sprengköpfe enthalten Chemikalien. Ich wiederhole. Raketen mit chemischen Sprengköpfen. 7-1. Wiederhol das. Verdammt, der Scheiße! Tür ist offen. Hier lang. Gehen wir. Wir haben ja den Raketen geschafft. Lade ein, wir spiechen. Wir sicher. Die Rakete. Sie werden sie starten, Captain. Fuck. 06 kommen. Captain, hörst du mich? 6 hört. Conny hat die Sprengköpfe mit Makarovs Chemikalien bestückt. Sie werden starten. Meine Raketen. Meine Flagge. Mein Land. Er will, dass die Welt dir die Schuld gibt. Mit diesen Raketen schafft er das auch. Die Chemikalien. Diese Rakete hat sie auch. Farah, das sind deine Raketen. Es muss einen Weg geben, sie zu entschärfen. Gebt er. An den Steuerungskasten. Wir machen das zusammen. Ich bin drin. Bereit. Moment. Zu spät zum entschärfen. Sie wird starten. Was? Wir schließen die Schutztüre und sprengen. Und dämm die Chemikalien im Bucke ein. Ja. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Captain. Wo wirst du sein? Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Geh sofort! Tommy, achte auf Kontakt. Ich bin so gut. Ich halte den Start so lange wie möglich auf. Ich bin so gut. upunct sein zusammen. Ja. 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 Der Juggernaut! Der Juggernaut! Der Juggernaut! Oh nein... Das war... Kilo! Steiger hoch! Verstanden! Geh zum Turm! An die Steuerung! Cap, ich sehe ein Conny-Hilly, der sich deiner Position nähert! Das Ding verstärkt ist! Du musst da weg! Conny ist überall, sie überwachen den Turm! Hört sich durch! Ich halte den Stab auf! Dann gegen Cap! Also zusammen! Ja... Und zweit mehr! Geh zum Kontrollturm! Brücke in den Kontrollturm, Vorfahrer! Jaaah! Ja, was was? Jaaah! Jaaah! Johnny Heli, der sich deiner Position nähert. Sie kriegen Verstärkung. Du musst da weg! Conny ist überall, sie bewachen den Tor! Lass dich durch! Ich halte den Platz auch, solange ich kann! Also zusammen! Es ist nicht die Kugeln! Sie gehen durch die Kontrollt! Brücke in den Kontrollturm vor, Pfarrer! Kilo, schließe die Schutztür, jetzt! Kilo, Pfarrer, hörst du mich? Pfarrer, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Rakete entschärft, Sprengung geglückt, Chemikalien eingedämmt. Roger. Bravo, gib mir Bericht. Es ist zu spät, Käpt'n! Conny haben die Steuerung umstellt! Was heißt das, Cass? Zwei Raketen. Starten jetzt nordwestlich von euch. Nein. Nein! Kate! Nein. Sex and Watcher. Sex and Watcher! Kate? Glasswell, bist du da? Hier ist sechs, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Arkloth-Basis mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort! Ich bin einég, ich bin eingen. Ich bin ein Hampel! Ich bin ein süßiger.